Klasse Scheiße, was du magst, begreifst du das denn eigentlich ernsthaft? Die Beats hier mein Liester, die lieben die Features und haben uns alle hier so inspiriert, dass wir alle abliefern und einfach nur machen, was wir so gewohnt und dope sind. Das ging auch echt schnell, jetzt scharf das Album in der Woche. Recorde parallel dazu, ich brenn für diese Sache. Alter, Scheiben schneiden, mischen, aber bitte niemals schlafen. Ist schon wirklich witzig, wie du's wieder mal geschafft hast, dass ich Auskunft ohne Ende hab, obwohl ich gar kein Bock hab. Paar hundert Beats und auch einige Parts, ja, und vieles ist entstanden in den letzten sechs Jahren, haben uns all die Zeit gegenseitig motiviert und wir machen immer weiter, sind noch lange nicht am Ziel. Nein, man schäfft mir den Takt, killet den Beats und bin mir dann sicher, dass das dann noch passt. Scheiße, was geht, ich schaff auf deine Beats hier, gefühlt die ganze Nacht. Hält mich gut in Laune und schafft andere Gedanken, lasst mich bitte kurz abtauchen, ich will einfach nur entspannen, gib mir ne Melodie, die mich behürt oder bewegt man. Und ich schreibe dir ein ganzes fucking Buch über ein Thema, das ich irgendwie auch fühle, einfach spüre und zerlege, ich kenne uns in Farb nicht, doch die Straßen sind geebnet. Irgendwann kommt uns die Zeit und wir gehen uns den Weg, irgendwann kommt uns die Zeit und wir gehen uns den Weg, irgendwann kommt uns die Zeit und wir gehen uns den Weg, irgendwann kommt uns die Zeit und wir gehen uns den Weg. Und wenn die Zeit einmal gekommen ist, dann rocken wir das alles, zeigen all den ganzen Lappen, denn die Wadenkings am Mikes sind, aber bitte nicht vergessen, wo die Wurzeln von uns stecken. 1,7 NBS, H2TEC Records Classic. Ey, dieser Aufhut deinerseits, treibt mich an wie eine Peitsche, gestern machst du fünf Tracks, heute fünf weiter, scheiße, was geht ab, ist schon krass, jeder sollte wissen, ohne dich gäb's kein Fresh Ducks, denn dieser Mr. H brachte mich dem ganzen nah, kam von Rock über Metal bis zur MBSH, Rob, Otte, Fresh Ducks, unsere beiden CDs, waren die allerersten Schlitter des gemeinsamen Wigs. Doch ich geh nur so hart ab, weil deine Beats auch so blättern, weil sie mich fordern und fördern und ich liebe das als Rapper. Ja, man, als Team kommen wir fett an, wissen wir langsam Bescheid? Im Namen der Familie, 1,2,7,4Line. Ja, ja, 2TEC Records und die MBSH, der CS, fränkischer Rap aus seinem winzigen K. Zwei Typen sind vereint mit nem guten Geschmack, ja, du kennst sie noch nicht, dann hast du was verpasst, Digga. Nichts kommt sicher als das, was HMC auf Instrumentals direkt aus diesem DAX-Bau macht, wie eine Maschine im Sekundentag, Tag für Tag, Nacht für Nacht, ohne Pause, ohne Schlaf, hörn dir all den Staff und denk mal darüber nach, ja. Irgendwann kommt uns die Zeit und wir gehen uns den Weg, irgendwann kommt uns die Zeit und wir gehen uns den Weg, irgendwann kommt uns die Zeit und wir gehen uns den Weg, irgendwann kommt uns die Zeit und wir gehen uns den Weg und wenn die Zeit dann mal gekommen ist, dann rocken wir das alles, zeigen all den ganzen Lappen, wer die Wadenkings am Mikes sind, aber bitte nicht vergessen, wo die Wurzeln von uns stecken. 1,1,7, MBS, Herr Tutek Records Classic. loristik 0,5,6,5,6,8,űz2 Untertitelung des ZDF, 2020